Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 48.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Tempomat, elektrische Fensterheber, elektrische Seitenspiegel und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 13.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. M.K.A.G. 3 M.K.A.G. M.K.A.G. M.K.M. 1 2 2 1 1